Warnung! Die Stunts in diesem Film wurden von Professionellen geführt. Also für eure Sicherheit und die Schutz von euch, probiere nicht auf jeden Fall die Stunts, die ihr zu sehen. Mit 400 bis 500 Milliliter Brühe, neun Gurken sind da glaube ich drin. Seine Challenge war, dieses ganze Gurkenglas auf einmal zu essen, alle Gurken zu essen und die Brühe danach auszutrinken. Er hat auf jeden Fall alle Gurken geschafft. Dann hat er die Brühe angefangen zu trinken und ich glaube bei der Hälfte der Brühe konnte er es dann nicht mehr halten, hat sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das können wir ja vielleicht hier nochmal einblenden. So, und ich möchte das jetzt natürlich auch probieren. Wir haben schon verschiedene Gurken-Challenges gemacht mit Grüngurken. Ungeschält, wie schnell isst man eine ungeschälte grüne Gurke, dann geschält. Wie schnell isst man eine geschälte grüne Gurke, wie schnell, wenn man die noch schneidet und in kleine Häppchen. Wir haben Gurkenwasser geäxt, wir haben alles mögliche hin und her. Ich bin jetzt mal gespannt, was das wird. Ich habe mir hier einen mega großen Riesenteller besorgt. Wir haben hier auch einen Messbecher für die Brühe. Da drin ist auch jetzt hier eine Gabel, eine schwarze Gabel. Wir machen das erstmal wie der Käse so ganz gemütlich und machen wir mal das Gurkenglas auf. Ich habe jetzt hier nichts dabei, um das aufzuhebeln. Ich mache das einfach... Digga, das war überhaupt gar nicht fest zu. Das war schon auf, das ist schon schlecht. Nein, wir haben das jetzt einfach mit Manneskraft geöffnet. Wir brauchen da keine Werkzeuge dazu. Grüße an den Käse, gleich wieder gedisst. Alles gut, alles Spaß. Jetzt nehmen wir mal die Gurken raus. Gucken wir mal, wie viele da drin sind. Wir haben hier also eine Gurke, zwei Gurken, drei Gurken, vier Gurken, fünf Gurken, sechs Gurken, sieben Gurken, acht Gurken, neun Gurken. Oh mein Gott. Ja, deswegen habe ich die Gabel dabei. Wir haben zehn Gurken und die zehnte ist auch noch die größte von allen. Also bei Trug, ich habe zehn Gurken, der hatte nur neun. Hier ist auch noch ein Zwiebelchen drin. Das nehmen wir uns auch gleich mal noch mit raus. Das kannst du ja eh nicht trinken. Das Stück Zwiebel, was da dabei ist, das hauen wir jetzt hier oben drauf und dann sieht das doch bestimmt richtig cool aus. Die Brühe füllen wir auch hier eigentlich, wie es Käse so gemacht hat. So, Brühe, er hatte 400 bis 500, das schwätselt ein bisschen hierhin, ist auch zwischen 400 und 500. Das ist knapp bei 480 oder so. 480 Milliliter, das hier können wir theoretisch wieder zumachen. Bruder, Vorsicht, Vorsicht. Hier stehen schon leere Kartons. Ich will nicht noch das Scherben hinzukommen. So, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Dies ist eine Käse-Production. Ihr seht hier, das ist 500, das ist jetzt bis hier gefüllt. Das ist der Gurkentower mit den Zwiebelchen drauf. Zehn Gurken, jetzt gilt es diese zu essen und das auszutrinken. Und ich würde sagen, fürs Thumbnail, hauen wir das nochmal hier so hoch, zeigen das nochmal die Gurkentopf-Challenge. Ich hoffe, das ist auch richtig so von der Seite her. Ich schiebe euch nochmal ein Stück weg. Noch ein Stück und dann fangen wir mal an. Wir werden den Käse-Do, seinen Versuch, wieder hier unten einblenden. Gleichzeitig, während er gegessen hat, werde ich jetzt also auch essen. Dann mal gucken, nicht unbedingt, wer schneller ist, aber halt, ob ich es schaffe. Und ich finde es trotzdem genial, dass Käse-Do durchgezogen hat. Er hat ja alle Gurken gegessen und er hat auch mehrmals von dem Wasser getrunken und nicht beim ersten Nipper gleich abgesetzt und gekotzt. Aber wenn der Körper nicht mitspielt, ich hoffe, ich muss mich nicht übergeben. Ich habe jetzt auch nichts dabei, kein Eimer oder irgendwas, wenn nicht, muss ich es direkt hier wieder rein machen. Aber ich denke mal, das werde ich noch aushalten. Ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Und wir fangen mal mit der Zwiebel an. Das schmeckt ein bisschen nach alter Fuß. Das schmeckt ein bisschen nach alter Fuß. Ant Advis anges en mit der Zwiebel. Was dann få-like auf deinem Schicksal? An commanders Liter wird ausgeslime comme der Zwiebel an. 뛰 gummikin leichter wird mit der Zwiebel an." Helvang des Zwiebelen mehr요. Und jetzt weg und am liebėzimmer. атhalengthen Sie sagte, Wellal bei der Zwiebel zur Zwiebelin zu Edukamerin用. Und dann 뉴� attention School, ein bisschen Mariet especial sich auf den Zwiebel. Schnell kauf, schnell schlucken, dass der Magen nicht merkt, dass er voll ist. Der Magen ist sehr gut, aber es ist sehr gut. Wow. Komm mal. Einmal zu, einmal zu. Zweiter Drittel, Gorken geschafft. Jetzt kommt langsam die Säure vor und schlägt ein bisschen auf den Magen. Jetzt kommt die Säure vor. 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 Pfefferkörner, Senfkörner, irgendwas dazu sind. Die Brühe ist auf jeden Fall getrunken. Die Gurken sind gegessen. Zehn Gurken. Zehn Gurken statt neun Gurken. Eigentlich eine coole Challenge. Hat Spaß gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Bo die auch macht. Ob der Leon die macht vor allem. Weil der Kästor hat ja ein paar Leute nominiert. Ich weiß aber jetzt schon, wie es ausgeht. Als ich nämlich das letzte Mal Gurkenwasser so auf Ex getrunken habe. Und dann haben wir es übertrieben. Haben 1100 Milliliter getrunken. Den ganzen Tag saß ich auf der Toilette. Und dann ging das raus ohne Ende. Ist aber ein leicht bekömmliches Frühstück. Jetzt frühst gleich in Rewe. Wir haben es jetzt hier. Eigentlich ist es gerade Mittagszeit. Ich hoffe bis heute Abend zum Stream ist das alles raus. Wenn nicht muss ich Bananen essen. Die stopfen. Und Kästor, falls du noch mehr so lustig Ideen hast. Immer her damit. Ich habe Bock. Mir hat es Spaß gemacht. Ist auch nichts Brutales. Nichts Gefährliches an sich. Wenn es der Körper nicht verträgt. Und das dann zu sauer ist nach einer Zeit. Ist ja ganz normal. Aber auf jeden Fall. Könnte das jeder mal probieren, der möchte. Das war es von meiner Seite aus. Grüße an Kästor. Grüße an den Rest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Tschüss. T Yeon, weinden. BRH. Verkehrjon Es geht über die Zeitmeside. Schatz不是 z상을 Jahren die im Kundin zu geben.